Der kann sich den Zahnarzt sparen, da ist nichts mehr zu retten. Seine faulige Fresse ist nicht mehr zu reparieren. Er hat die Schnauze voll. Ja, er hat die Faxen, Digga. Da kommt er wieder, der Sportsfreund. Guck, Digga, hier, der Hinweis ist weg. Du hast deinen Job scheiße gemacht, du wirst entlassen. Sie konnte das Messer... Ui! Ui! Uuh! Nein! Ochse! Hat er mich auch noch erwischt? Yo, moin moin! Liebe Kinder und herzlich willkommen zu einer Runde Quickplay! Ja, klingt doof, ist es auch. Aber ich hab erstmal die Schnauze voll von den Bounties und versuche mich jetzt mal im... Wieder seit langem mal wieder im Quickplay. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Und vielleicht schon unserem ersten Kontrahenten, den wir hoffentlich eiskalt abknallen werden. Ich höre schon eine Fliegenschlampe säuseln. Und möchte ihr doch am liebsten gleich auf den Hinterkopf schlagen. Oh, es rumpst schon wieder überall. Oh, 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 oh. Da hat einer schweres Geschütz aufgefahren. So, da sehe ich auch nichts. Okay. Da ist der Hinweis. Zwei sogar, oder? Zwei sogar. Ah, da. Bei der Treppe. Scheiße Pferd. Altjahr, die backen. Oh. Knilch. Komm her. Mann. Zack, da. Kauleiste weg. Zack. Jetzt. Der kann sich den Zahnarzt sparen. Da ist nichts mehr zu retten. Seine faulige Fresse ist nicht mehr zu reparieren. Oh. So, da haben wir schon zwei Hinweises. Ja, nice. Very nice, würde ich sagen. Ja. Ist ein Gepanzer da, oder? Und dann läuft er da rum, hier. Wächter des Hinweises. Waschlappen. Gepanzer da am Arsch. Warte, dich knall ich ab. So. So, was? Hä? Der ist noch nicht tot? Stabilo Boss, was? Schwan Stabilo. Wo rennt er hin? Alter, warte mal. Lass dich abknallen. Hä? Er hat die Schnauze voll? Ja, er hat die Faxen dicke. Ja, die Faxen dicke. Lass ihn. Lass ihn. Reisende soll man nicht aufhalten. So. Schönen Hinweis eingesackt. Da kommt, da krölt er hinter seiner Mauer rum. Der Depp. Nicht gecheckt, wo ich war. Gepanzert. Aber sein Hirn ist Matsch. Wo ist meine Knarre? Ich hatte doch den Karabiner. Da kommt er wieder. Der Sportsfreund. Da ist er wieder am Anmarsch. Sein Hinweis ist geklaut worden. Zwar von mir. Guck'e, Digga. Hier. Der Hinweis ist weg. Du hast deinen Job scheiße gemacht. Du wirst entlassen. Fristlos. Was ist da? Ja, okay. Ich mag das nicht da hinten. Oh. Warum, Alter? Bist du blöd? Lass mich doch hier in... Der muss auch noch anfangen, um zu spinnen. Machen die einen Lärm. Und da wieder Raben. Oh. Oh. Das war nicht so weit weg. Ganz und gar nicht so weit weg. Hundezwinger. Belegt. Ja. Mein Herrn. Kann man denn hier nicht mal in Ruhe seinen scheiß Job erledigen? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Da lief doch jemand. Kommt eine Stachelbombe mit. Jetzt geht's ab mit den Viechtern. Fliegenschlampe irgendwo. Fliegenschlampe da oben auf dem Dach. Ui. Oh. Junge, Junge. Da läuft's mir eisgeil den Rücken runter. Wo? Wo steckt der Schlawiner? Ah, der hat den Hundekäfig in Brand gesteckt. Vielleicht kommt er von hier unten. Oh ja. Oh ja. Da, da, da läuft er. Da läuft er, der Meister. Kommt. Und. Oh. Mann. Ich dachte schon, ich hau das Ding wieder 10 Meter an ihm vorbei. Oh, ne Uppercut. Aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit meiner Armbrust. Die hat bis jetzt einen guten Job gemacht. Oh. 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 Dein weißer Mord. Sorry. So sorry. Oh, ne. Ich muss leise sein. Da tapst doch einer. Ist der draußen oder drin? Oh. Raben. Da kommt noch Besuch. Besuch. Gut, Besuch die Gegend hier. Ich will doch bloß meinen scheiß Hinweis aufnehmen. Schritte. Nee. Der ist draußen, oder? Oh ja. Jetzt. Äh. Wollt er. Was machen? Will die Tür aufschießen, der Ochse. Da war er. Ui. Hallo. Doch einer drin. Mist. 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 Komm. Noch einen. Komm. Jep. 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 Weiß der natürlich auch. Was macht er, Alter? Wie die Tür? Kriegt er die Tür nicht auf, oder was? Er wollte mitmischen. Da habe ich ihm mal die Hütte angefackelt. Ui. Ui. Mann, der scheiß Hinweis. Oh, ist da gebremsert, oder? Oh. Nehme ich mal schnell. Jungs, ich war mal so frei und habe den Hinweis schon mal für mich genommen. Fliegenschlampe auf dem Dach. Soll ihren gottverdammten Job richtig machen und mir die Brüder vom Hals halten? Ah, da. Okay. Da sind die zwei Hinweise. Einen brauche ich noch. Und dann entkomme ich hoffentlich klorreich diesem Jammertal. Oh, da liegt ein Specter. Da läuft einer. Da rennt einer quietschvergnügt. Oh, wo ist der? Ui. Auf was schießt das? Mein Schatz, auf was schießt das? Da. Oh, er hat nicht getroffen. Er schießt. Mit auch etwas Leisem. Schalt gedämpft. Ui, 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 ui. Oh, Fliegenschlampe, Fliegenschlampe. Uh, lass mich, lass mich. Nein. Er stürzt. Junge, Junge, Junge. Alter. Mit 50 HP renne ich hier raus. Wie blöd, bin ich blöd? Gibt's doch gar nicht. Ah, Medibek, Medibek. Sehr schön, sehr schön. Er kam gerade zur rechten Zeit, du. Halleluja. So, mal hingucken. Ui. Beim anderen Hinweis wird schon geschossen. Ah, okay. Schall gedämpfte. Windfield hat er gehabt. Nehme ich mal die Bornheim mit. Die ist schon eine Spur besser. Heilwasserkirche. Okay. Dann auf zur Heilwasserkirche. Da zwei hab' von den Dinger. Hallo. Seine Haut war leder. Ledrig und alt. Sie konnte das Messer... Ui. 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 Mein Herrn. Yes. Danke dafür. Ui, ja. Da gab's einen auf die Mütze meiner. Wer auf mich schießt... Kann hoffentlich das Echo vertragen. Na komm. Bornheim. Zack. Ja, Junge. Was? Das war dir eine Leere, hoffe ich. So, der Meister hat... Scheiße. Noch 32 Sekunden. Was tue ich nur? Was tue ich nur? Mist. Munition. So. Okay, ich bin voll. Durchladen. Oh. Oh, da läuft einer. Da läuft... Ja, warte, warte. Ich komm hin. Keine Angst. Wo bist du? Oh, da. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer hat er sich... Kloppt er sich rum. Mit Getier. Oh. Er ist drüber gesprungen. Nein. Ochse. Hat er mich auch noch erwischt? Hat er mich tatsächlich noch angefackelt? Mann. Drei Sekunden. Wo? Da läuft er. Nein. Vorbei. Nein. Komm. Zeig ich nochmal. Shit. Mist. Aber vier Kills. Ist okay. So. Jep. Vier Kills. Ja. War ein schöner Ran. 75 Dollar mit rausgeschleppt. Okay. Gut. Gut. Gut.